Stopp, stopp, stopp! Zeig mal unseren Leuten die Finken, die schön haben. Sie haben zwar ein Loch, aber wie bist du auf die Idee gekommen, solche Finken zu machen? Weil ich gespielt habe. Und ich habe gespielt, weil ich keine Kleidung hatte. Und Schuhe. Ah, du hast gespielt, dass du keine Schuhe hast und dann hast du einfach gebastelt. Ja. Und gefallen dir die glitzerigen Schuhe, die goldigen? Gell, die sind schön. Ja. Und jetzt könntest du ja nochmal, was könntest du noch machen? Mal eine Kappe.